Wenn sich Türen schließen und es scheinbar kein Entrennen gibt, läuft die Zeit. Exit Hallo, mein Name ist Kirstin Greppel und ich bin Head of Entertainment und Licensing beim Cosmos Verlag. Sie haben es gesehen, Exit, das ist es, worum es heute geht und ich freue mich sehr, dass wir Ihnen einen Titel aus unserer Exit-Reihe vorstellen dürfen. Exit ist für uns eine ganz wichtige Marke geworden, eine sehr besondere Marke, denn es ist einer der großen Wachstumsstreiber bei Cosmos. Wir haben 2016 das erste Exit-Spiel rausgebracht, seitdem mehr als 10 Millionen Spiele weltweit verkauft, denn wir sind in 27 Ländern aktiv mit der Marke und haben mittlerweile auch ein sehr großes, breites und erfolgreiches Buchprogramm am Markt etabliert. Der Titel, um den es heute geht, ist ein ganz besonderer Titel aus unserem Programm, denn es ist der erste All-Ager innerhalb der Marke Exit. Es geht dabei um den Fall des Ryan Greed. Ryan Greed ist ein begnadeter Kryptograph, der für ihn ganz unerwartet und unter mysteriösen Umständen beauftragt wird, nach einer seltenen Goldmünze zu suchen. Der geheime Auftraggeber stellt ihm eine taffe junge Frau zur Seite, Sarah, die sich mit ihm zusammen ins Abenteuer stürzt und die wir eben dabei auch begleiten dürfen. Der Fall des Ryan Greed bietet nicht nur tolle Anknüpfungspunkte für eine Verfilmung, dadurch, dass er die zeitlosen Themen, Verbrechen, mysteriöses, rätselhaftes und Abenteuer behandelt, sondern auch durch die Exit-Rätsel, die enthalten sind. Es geht beim Exit-Rätsel darum, mitzumachen, interaktiv zu rezipieren und das ist auch toll umsetzbar in neuen Darstellungsformen, in modernen Erzählungen, in denen die ZuschauerInnen mitbestimmen, wie geht es weiter, wo geht es hin mit dem Fall und in denen die ZuschauerInnen auch miträtseln dürfen. Wir hoffen, Ihre Neugier geweckt zu haben und wir freuen uns auf weiterführende Gespräche. Vielen Dank.